Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun, meine Lieben. Schaut mal, Haare noch nicht gemacht, aber ich habe wieder neue Haare. Das zeige ich euch, wenn ich es gestylt habe. Und der Robert, der ist unmöglich. Der sagt, ich muss doch schön aussehen, also tue ich Käppi drauf. Wisst ihr, warum ich eine Mütze aufhabe, weil meine Haare nicht gemacht sind? Ich brauche auch eine. Meine sind auch nicht gemacht. Da ist sogar noch ein Etikett drauf. Oh mein Gott. Die habe ich mir schon gekauft, vor einem Jahr mal für den Winter und habe es nie angezogen. Für den Winter, deine Ohren sind offen. Das braucht man nicht. Okay, also, und ich habe ein Kleid an meine Lieben. Du schneidest mich immer ab? Ja, aber ich muss ja mein Kleid zeigen. Das wird doch keiner sehen. Die wollen doch nicht sehen. Hör auf jetzt. Ich habe mir ein Kleid rausgefischt heute aus meiner Garderobe. Der ist bestimmt schon fünf Jahre alt. Habe ich mal in der Türkei gekauft. Und dann habe ich mir gedacht... Was? Nicht der. Ach komm, verbessern mich nicht immer. Egal jetzt. Naja, und dann habe ich mir gedacht, den muss ich jetzt heute mal anziehen. Ob der mir überhaupt noch passt. Sieht man das? Naja, ein bisschen tickt zu eng. Machst du einfach halt, guck. Oh. Ich glaube, der war ein bisschen dünner. Also, ein bisschen weniger Gewicht gehabt. Aber, trotzdem werde ich den heute anziehen. Und da habe ich mir gedacht, äh, sieht man, nach fünf Jahren holt man die Garderobe raus. Und du holst dein Ding raus, der Käppi raus. Heute werde ich nachher zu meiner Freundin gehen, weil wir brauchen einen Babysitter. Einen Katzenzitter und was weiß ich. Einen Katzenfütterer. Fütterer oder irgendwas. Sozusagen einen menschlichen Fütterautomaten. Genau, und da werde ich jetzt meine Freundin gehen und sie darum bitten, dass sie auf unsere Katzenaufbau kommt. Jetzt gibt es zuerst mal Frühstück. Ha, Miley hat schon Haferflogen und die Gäste, Robert, frühstückt eh nicht. Es ist eh schon halb eins, meine Lieben. Und der Gian ist hier gerade am überlegen, was er für ein Video drehen soll für seinen Kanal. Ich hoffe, ihr kennt ihn schon alle. Ich schreibe euch hier mal... Echt? Ich schreibe es euch hier, dann könnt ihr mal reinschauen. Der hat ja auch schon einen Kanal. Und ja, wir essen jetzt zuerst mal. Und Miley geht jetzt rüber zur Chiara in den Pool, in den Garten. Deine Schlappen, die sind in dem Schrank da drin. Also viel Spaß euch, Maus. Finde ich nicht, Mama. Finde ich es nicht, Mama findet ihr da einmal. Wir haben noch eine nette Post bekommen, meine Lieben. Schaut mal hier. Ich habe nämlich mal vor einer Woche auf Instagram gepostet. Übrigens hier blende ich euch unser Instagram-Account. Familyfun-Leswelt in unseren Storys. Dass wir in dem neuen Orient-Magazin Berlin drin sind. Familyfun im Interview im Orient-Magazin Berlin. Uns haben sie es geschickt, die Ausgabe, weil wir nicht in Berlin wohnen. Und diese Ausgaben hier von Orient Berlin, meine Lieben, liegen überall. In den Geschäften und so weiter, in Restaurants und was weiß ich. Gibt es, glaube ich, umsonst. Das ist ein Multikulti-Stadt-Magazin. Ich blätter für euch mal ganz kurz durch. Interview mit Familyfun. So sind wir drin in der Ausgabe. Wenn ihr in Berlin wohnt oder in der Nähe, was auch immer, nach Berlin kommt. Schaut mal, wo ihr diese Orient-Magazin findet. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ein Interview mit uns. Da haben wir ein bisschen über uns erzählt und über unser Leben, über unsere YouTube-Kanäle und so weiter. Ja, wollte ich euch kurz noch mal zeigen. Jetzt habe ich drei Mal versucht, meine Freundin zu erreichen. Geht nicht hin. Ich habe ihr WhatsApp geschrieben, geht nicht hin. Und jetzt habe ich einfach gemeint, ich koche mal. Dann habe ich das Kochen schon mal hinter mir. Das Essen ist schon da drin, gefüllte Auberginen gibt es. Und da mache ich so mini kleine Nudeln wie Couscous dazu, weil ich kein Reis mehr habe. Ich glaube, ich gehe jetzt mit der Kira Gassi. Zehn nach drei. Kira, geh mal Gassi mal aus. Gassi? Ja. Da kommt sie gleich. Geh mal Gassi schnell. He? Du wisch auch raus. Es ist schon Nachmittag. Nachmittags Gassi gehen wir jetzt. Kira, wo bist du? Jetzt sind wir vom Gassi gehen zurückgekommen. Und Kira ist irgendwie verschwunden. Wo ist denn die hin? Kira? Ah, da kommt sie schon. Also, es ist 4 Uhr. Seht ihr mal die Uhr da? Und meine Freundin hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich habe ihr um, wann war das? Halb eins geschrieben. Sind jetzt über drei Stunden. Und die hat sich immer noch nicht gemeldet. Irgendwie mache ich mir jetzt schon Sorgen, weil ich habe sie ja auch angerufen. Ich denke, man schläft sie, aber man kann ja nicht so lange schlafen. Ja, da macht man sich schon ein bisschen Sorgen. Und Kira hat hier eine Fliege entdeckt. Und legt sich drüber auf, was sucht die Fliege in unserem Haus. Die muss hier raus, sofort. Was ist die Kira? Nein, gell? Oh, gleich hat sie es. Ne, schafft sie nicht. Die Fliege ist einfach viel zu schnell. Ich habe es mir jetzt mal anders überlegt. Ich gehe zuerst mal einkaufen. Wir haben kein Brot zu Hause und so weiter. Das hole ich. Dann muss ich noch schnell zum Teddy für unseren Urlaub ein paar Sachen kaufen. Dann schaue ich mal, ob sich meine Freundin meldet. Immer noch kein Lebenszeit. Schaut mal, beim Teddy gibt es schon Halloween und Herbstdekos. Also Herbstdekos, okay, aber gleich Halloween. Das ist schon komisch. Ha! Und bei Mama gibt es schon Weihnachtsgebäck. Da haben wir noch Steine, Lebkuchen. Also ich fühle das schon ein bisschen verrückt mit Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen. Und was weiß ich, vier Monate noch. Jetzt ist schon hier alles. Einkauf erledigt. Beim Mama habe ich das übliche gekauft, Brot und so weiter, was man halt so braucht. Und beim Teddy habe ich gekauft so vier Mikrofasertücher. Dann habe ich so Topfschwämme gekauft. Und dann habe ich Müllbeutel gekauft. Und zwar 30 Liter. Dann so einen großen Behälter. Dann noch so einen großen Behälter. Also Eimer fast. Und jetzt fragt ihr euch, für was brauche ich das Ganze jetzt? Für einen Campingplatz? Ja, für einen Campingplatz. Diese zwei Teller auch noch. Hat es nur noch zwei Stück gegeben. Hätte ich vorher kaufen sollen, wie die Sommersaison begonnen. Wir haben ja vier Sets immer unten. Und dann haben wir gedacht, ich brauche nur zwei Stück, dass es uns auch reicht. Und diese ganzen Sachen hier sind für einen Campingplatz gedacht. Dass ich da mal endlich so einen großen Eimer habe, wo ich mein Geschirr mitnehmen kann. Zum Spülplatz, dass ich spülen kann. Ich habe immer so einen kleinen Eimer gehabt. Und eine ganz mini kleine Schüssel. Ja, Schüssel. Und da hat nicht alles reingepasst. Und deswegen diesmal das hier. Damit ist übrigens abgeholt worden von Hakan und Elkay. Die sind bei ihrem Bruder und haben ihn mitgenommen. Oh Gott, mein Deutsch. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nichts. Nichts mache ich. Robert schneidet Videos nach oben. Und dann wird er runterkommen. Cian hat was gegessen. Er hat schon Hunger gehabt. Also, Kira, was sagen Sie dazu? Hm? Kira sagt auch nichts dazu. Die Miley ist auch noch nicht zurück. Die zwei Mädels machen jetzt eine Poolparty, glaube ich, bei Chiara drüben. Weil ihre Mama ist arbeiten, glaube ich. Und der Papa auch. Aber jetzt müssten sie bald da sein. Schauen wir mal, wann die auftaucht. Jetzt bin ich zur Chiara rüber. Wollte mal den Pool zeigen. Die Poolparty, was die Mädels hier gemacht haben. Mit einem riesen Donut. Was ist das für ein Donut? Haselnussdonut. Schoko-Haselnussdonut. Was macht ihr da? Mei, ihr zwei. Und da? Dann ist Chiara dran. Toll. Ihr seid halt ein Team, he? Boah. Miley. Schau mal an, wie kalt das ist. Komm mal. Ist das kalt? Ah! Die macht mich hier nass. Kalt, gell? Ist kalt, ja? Habt ihr da wirklich geschwommen? Ja. Bei dem kalten Wasser? Ja. Ich meine, in dem kalten Wasser, meine ich. Ja, wir haben das aufgemacht, dass die Sonne reinkommt. Ja, vorhin war noch mehr Sonne. Jetzt ist die Sonne weg, gell? Der Donut ist ja voll riesig, he? Der ist voll cool. Der ist voll cool? Ja. Den muss Chiara uns ausleihen, glaub ich, he? Nee. Die macht sie nicht. Die macht so... Äh, Miley, wann kommst du nach Hause, Maus? Um halb sieben. Halb sieben. Halb sieben? Okay. Oder sieben. Oder sieben. Chiara, darf sie? Ja. Ja. Okay. Also jetzt geht sie nicht mehr in den Pool rein, gell? Ja. Poolwetter ist eh schon vorbei, bald Chiara, ab morgen soll es kühler werden. Doch, wir gehen auch nicht mehr rein. Also um sieben ankommst du, okay? Um sieben kommst du, okay. Tschüssi. Das war eure letzte Poolparty, he? Ja. Ja. Für dieses... Es wird nicht mehr heiß, Miley. Ja, weil das Sommer jetzt bald vorbei ist. Also, ich geh dann. Tschüssi. 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 Jeder massiert sich. Komm Kira, magst du nicht reinkommen in Maus? Ja. Robert muss Video schneiden, ich bin ganz alleine hier. Na ja, Hauptzahl, die Kinder haben ihren Spaß. Das ist jetzt nicht so wichtig. Eigentlich sollte ich mal meine Campingsachen herrichten. Ja, das ganze Zeug aus dem Keller holen. Aber heute habe ich null Bock, wenn ich ehrlich bin. Ich werde das am Freitag machen, wenn wir losfahren. In der Früh anfangen und dann alles ins Auto rein. Bevor ich hier wieder alles rumstehen habe und so weiter. Und dann hat sich die ganze Sache erledigt. Die arme Kira, die legt sich da immer vor die Tür. Ja, mei. Heute ist es halt nun mal so. Heute bin ich neu hier zu sehen, weil Miley seit um 1 Uhr bei ihrer Freundin ist. Niemand ist zu Hause. Miley ist noch nicht gekommen. Und Robert ist alleine mit mir. Wo sie wieder alleine ist? Ich esse mit. Tschüssi ist auch gegangen. Miley ist ja auch weg. Also sind wir nur noch zu zweit hier. Die Miley macht sich wieder ein Essen hier. Brot. Obwohl wir Essen hier haben. Miley, da ist Essen. Aber Miley liebt ja Oliven über alles. Und die Oliven hier haben wir aus der Türkei mitgebracht. Ich mag aber die schwarzen. Welche magst du? Die hellen. Die hellen? Mh. Mh, Oliven. Miley, hast du das Gewitter gehört vorhin? Ich glaube, es wird heute noch ein Gewitter geben. Aber wir sind dann raus. Da passiert doch nichts. Nein, passieren wird nichts. Das weiß ich. Auf dem Blitz einsteigt. Uns passiert nichts. Auf dem Blitz einsteigt. Uns passiert nichts. Hey, das war doch ein Flugzeug. Nein, das war kein Flugzeug. Ich glaube, da kommt ein Gewitter auf uns zu. Oh, da macht die Tür zu. Ich habe ja nicht Angst. Hast du jetzt echt Angst? Also um 21 Uhr, 80 Prozent, dass es donnert. 5 Uhr ist es jetzt. Mhm. Und dann 22 Uhr und 23 Uhr und 0 Uhr und 1 Uhr. So ist es 80 Prozent locker Regen. Mhm. Also es kommt Regen auf uns zu. Der Mehmet ist noch nicht zu Hause. Die kommen jetzt eh gleich zu Hause, wenn sie das Donner haben. Das war kein Flugzeug. Das war ein Donner. Okay. Und meine Freundin hat sich vor einer Stunde gemeldet, meine Lieben. Wisst ihr was? Die hat einen Massagetermin gehabt. Um kurz vor 12 hat sie gesagt. Dann hat sie ihr Handy lautlos gemacht. Danach sind sie in die Stadt gefahren, weil sie was erledigen musste. Und dann hat sie natürlich vergessen, ihr Handy wieder auf laut zu stellen. Dann ruft sie mich an. Blablabla. Und ich habe sie so richtig geschimpft und habe gesagt, was das sein soll. Ich habe mir Sorgen gemacht und so weiter. Morgen gehe ich hin zu ihr. Das heißt, wenn ihr das Video anschaut, ist Donnerstag und da gehe ich zu ihr. Und dann ist alles wieder gut. Miley spielt hier gerade. Die hat so ein deutsches Postset. Ich kriege gerade einen Post. Die hat hier so ein Kinderpostset. So sieht das Ganze aus hier. Schaut mal. Und das liebt sie zu spielen. Siehst du mal was das ist? Guck. Was ist das? Ein Geldautomat. Kannst du deinen Pin mal eingeben? Meine Pin. Bip, 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 bip. Wie viele Stellen hat die Pin? Vier. Fünf. Fünf. Bip, 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 bip. Und jetzt kriege ich Geld. Ja. Muss ich von der anderen Seite geben. So, dankeschön. Jetzt habe ich fünf Euro bekommen. Boah. Du hast dir alles verdient. Hast du dir alles verdient? Ja. Oh ja. Da ist ein Stempel. Pakete. Postkarten. So. Paket auf. Was? Es donnert schon wieder? Ich habe Angst. Umschläge. Umschläge. Kleingelb. Und Scheine. Und das. Und das da. So. Und das da. Sieht zwar echt cool aus. Die deutsche Post. Donnert es schon wieder? Die Milch ist jetzt hochkonzentriert hier. nach draußen. Ey, Papa. Da kommt bestimmt auch schon. Dann guckt sie bestimmt auch schon auf dem Fenster. Meinst du, dass Papa auch aus dem Fenster guckt? Nein, der ist jetzt nicht dafür. Dem ist das doch egal. Dann nimmt man hier so einen Stift. Und eine Unterschrift. Ah. EC-Card-Unterschrift. So. Und dann muss man das hier so scannen lassen. Du 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 du. Hey. Ah. Was ist das für ein Automat? Und dann kommt es so durch. Und dann kannst du das mit Afrika nehmen. Afrika. Und mein Ding ist wirklich. Weiß ich nach Afrika. Mle, ich sei froh, dass du noch heute im Pool warst. Warum? Ja schau mal, es regnet und dann wird das Wetter kühler. Also ich sag jetzt mal Tschüss. Beende das Video. Du musst kurz das schließen und musst schnell nach dem Gewitter oben gucken. Ah ja. Okay. Also schließ mal. Papa hat keine Angst. Ich sag danke fürs Zuschauen meine Lieben. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Äh. Glocke aktivieren. Das Video leiten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mama. Mama. Es regnet voll stark. Es regnet voll stark. Oh. Es geht gleich los. Donner und Gewitter. Und bis zum nächsten Mal. Gotheres. solving. Mod Triaklot. thank God apple,